So, dann dürfte jetzt eigentlich direkt wieder Mörser kommen. Genau. Hm, ich vermisse Lost Islands. Ja, ein bisschen schon, ja. Komm, da konnte man jede Flagge mit dem Boot einnehmen. Jede. Und da können die Javelinspacken überall stehen. Auf jeder kleinen Insel. Du weißt ja, dass die Javelinspacken auf einer Insel stehen, aber du kommst halt nicht ran. Oben auf dem Berg stehen die alle. So, dann hau mal den Slide raus und sag Bros, dass er reinkommen soll. Ja, dann sag Bro, er soll... Wie schnell der Tech-Chat weg war wieder mal. Wie kann der, tut was? Ja, und hier hat man auch das Boot weggenommen. Ja, mir auch. Warum hast du denn hier überhaupt umgeschrieben? Gib maintainen. Robin Hotel! Robin Hotel! Vitamine! Die Leute sind allesamt bei Foxtroten, by the way. Und das Rekord hat 102 Schaden. Die haben ECO. Die müssen schaffen. Ein Boot für draußen zu geholfen. Weil die Antilles-Gruppe nicht besetzt. Ne, wir haben sie ja. Eis. Eis! Und der hat einen ECO-Fation gezogen. Die hat so richtig in der Kapitalisierung gespielt. Die schreckt ja alle Gammel, alter. Äh! Boah, kann das sein, dass er ziemlich gut in dem scheiß Helikopter ist? Peterbock? Ja. Der kann nicht fliegen, wie ich fliegen kann, sondern er kann richtig fliegen. Geht ihr mal Rick und Rick und Rick? Ja, der wird grad für unser AA bearbeitet, kriegt zwei Raketen von Peterbock. Die Treffen da auch. Im Helikopter rein, Dieter, wir beide? Ich hab jetzt noch Treffen wieder. Was ist denn da durch? Ich bin ja grad eben nur deswegen geflogen, weil... Ich hab den LMI. Außerdem haben wir jetzt Helikopter am Start. Die Piloten stellen jetzt Bruchhalber vor. Ja, sehr schön. Sehr schön. Alter. Ich referier du Affe. Das war ja mal ein Quintuppel. Ja. So wusste man selten, dass der Transport in die Folge gesetzt ist. Wut? Da sag ich doch Dankeschön. Oh, Boote. Boote. Ich hab beide gekauft getroffen. King bei Delta auf dem kleinen Vorsprung. Da ist ein Sniper. Da kommst du schon wieder nicht ran. Und da kommt ein Jet. 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 Und wie es aussieht, wird der jetzt so ein Jet. Ähm, ja genau. Hast du den abgeschossen? Ja. Crazy Typ. Ähm, Bravo. Bravo. Ich weck ihn noch mal. Ja, ich weck ihn noch mal. Ja, ich weck ihn noch mal. Die Ida aufs Team ist ein Schicksal. C4, ihr Spastis. Es hat aber gedauert, bis die beiden da gekühlt hast. Und meiner Höhe. Ja, ich hab das gar nicht gesehen. Äh, ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab das gar nicht gesehen. Ist Helene bei dir mit an Bord King? Ja, ne? Ich... 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 Und ich... Und ich lade... Ich... 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 Komm mal auf Bord King. Warte nie mal. cellen. A, A. A. A, A down. A, A down. A, N6. Ein bisschen, was er nicht angeschaut hat. Andererseits... Aber so lange es mir ein bisschen war. Wie gesagt, der Admin neulich meinte, alles was... Also beim Carrier ist die Linie und alles dahinter ist Space Rail. Und der Transport-Header, der hatte diese Linie gerade überschritten. Sogar dann technisch gesehen. Das ist die Linie. Will there say a chance of that? Andre... What? Any idea? Where are you going? You'll be in here. We'll be out here! We'll be out here! Ich fiel dir heute Abend wieder, weil ich muss mal kurz weg. Ich fiel dir heute Abend wieder an. 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 Ich bin nur über die Munition. Ich habe ja keine Camia verlassen, aber es stimmt. Oh, sie kommt später. Ja, ich schwimme wieder hin. Ich kann einfach nur sicherstellen, dass die dann... Ach so, jetzt steht das Rooking komplett rein. Ich kann nur sicherstellen, dass die dann wieder neben. Und wenn DICE endlich mal fixen würde, dass man dieses Kölner Level 100 Messer ausrüsten könnte? Aber ich konnte es auf jeden Fall schon mal ausrüsten, denn ich habe ja schon mal Fehlze nicht gemacht. Ja, nee, du kannst es ausrüsten, aber sobald du ein... Hättest es loaded oder sowas changed, würden wir es wieder zurückgezwillen. Norwin, geh mal bitte raus. Ich möchte drauf nicht ziehen. Ich bin wieder so richtig hier unten. Ja, genau. Ja, genau. Wo willst du denn hin? Was ist denn, Junge? Servo, Junge! 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 Warum gibst du mir keiner in Position? Na, herzlichen Glückwunsch, Alter! Wenn die Leute in Battlefield 4 wüssten... Mann, auf jeden Fall sind alle! Ich habe ja wieder ein paar Punkte! Äh, Engi ist bei mir gerade der ingame Soundback. 105 damage. Sicher... Hattet ihr das auch mal, das bei euch komplette ingame Soundback ist? Ich glaube doch. Ja, es wird zwölf möglich. Manchmal hat es sich so aufgängst, aber wenn es aufsteigt... Ja, jetzt fliege ich raus. Werk von dem Rossen, lass mich recht fest. Macht das einer von euch, bitte? King ist gleich wieder da. Bei Akku ist die AI. Okay. Schockieren. Ein einziges Mal, bitte nicht die Wechsel. Ach, die haben die Anti... Ach so! Gibt natürlich Sinn. Hm, fallen sie. Killed die Phoenix. Der A down. Sehr schön, ja. Und die Runde im Blick, das hat noch nicht so gut geliebt. Ich darf auch bitte bescheiden, wenn die... nicht so runde nachbrenzen. Vor allem auch ein Scheiß. Also wir steigern unsere Platin-Kadene. Platin-Kadene immer noch ein bisschen, ne? Wir sind schon bei 11,8. Ja, ich bin jetzt nochmal gleich in 2.0 mit rein. Ja. Ich hab auch gerade in 1.4.1. Bring ich auch mit ein. Ach, was? Jetzt steht da noch nicht vor. Wer hat sich die selten gehaftigen Gesichter da reingemacht von unserer... Beschreibung? Wie hab ich da reingemacht? 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 Wie, ja, wie war... Wie hab ich da k discussionpublik?" Am Ende. Schade ist das nicht. Ja, mach's halt besser. So. Und vor allem, hoch die... Wie schon gesagt, es gibt keine Ruhe. Das ist halt so schlecht. Lästern ist leicht, mach's besser einfach. Ja, es ist schon gut. Aber es ist halt super witzig. Einfach stecken. Ja, scheiße. Ich hab das ganz gut hingeschneppt. So ist es vorbei. So ist es wieder verfaust. GG. Was eine spannende Runde. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja.